Ja, auf meinem Kalender steht heute, wichtig ist nicht, woher man kommt, sondern wohin man will. Und für mich ist total wichtig, ich habe mir vor Jahren meine erste Collage gemacht, also all so meine Wünsche und Träume einfach über ein Stück Papier aufgeklebt, aufgeschrieben, weil ich gesagt habe, das, ja, was ist für mich Lifestyle, was bereichert mein Leben, was tut mir einfach gut. Und all das habe ich da draufgeklebt und das schaue ich mir Tag für Tag immer wieder an. Und ich kann nur sagen, Reisen ist so etwas, was für mich zum Lifestyle dazugehört. Reisen ist etwas Wunderwunderschönes für mich. Ich bin gerne bei mir hier im Garten, aber ich reise auch gern. Und ich habe wunderschöne Reisen in den letzten Jahren machen dürfen und ich habe noch ganz viel vor, wo ich hinreisen möchte. Was ist es für dich? Was bedeutet für dich Lifestyle? Und wenn du zum Beispiel auch gerne reisen möchtest, was sind so deine Traumziele? Wo möchtest du hinreisen? Hättest du vielleicht sogar gern, dass dir die Reise bezahlt wird? Auch das ist natürlich möglich. Vor allem gönn dir Lifestyle im Alltag. Nicht nur die großen Sachen, sondern vor allem jeden Tag die kleinen. Schau, was ist heute, was kann heute deine Lebensqualität steigern? Und dann mach's. Ich wünsche dir einen traumhaft schönen Tag.